Die Amadeo-Antonio-Stiftung hat seit Juni 2023 mehr als 825.000 Euro an Spenden gesammelt, um mutmaßlich Betroffene in juristischen Verfahren gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann zu unterstützen. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat das Verfahren jedoch jetzt eingestellt, weil keine einzige betroffene Anzeige gegen Lindemann erstattet hat. Im Juni war bekannt geworden, dass mehrere Strafanzeigen gegen den Rammstein-Frontmann gestellt wurden. Da diese jedoch nicht von den vermeintlichen Opfern, sondern von unbeteiligten Dritten stammten, wurden sämtliche Ermittlungen gegen den Musiker nun eingestellt. Was bleibt? Die enorme Spendensumme. Wir haben bei der Amadeo-Antonio-Stiftung nachgefragt, was jetzt mit der großen Spendensumme passiert. Allerdings haben wir bis Redaktionsschluss noch keine Antwort erhalten. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die gesamte Spendensumme an die Stiftung übergehen wird.